So, damit begrüße ich euch zu einem kleinen Infovideos und wenn ihr euch wundert, warum Irrenbei auf seinem Kanal. Ja, ich möchte euch heute eine kleine Sache vorstellen und zwar, wie ihr schon seht, der Kanal-Banner passt irgendwie nicht mehr zu dem Kanal. CSGO war früher und ich muss sagen, diese Kartoffeln mit dem Gaming-Potatoes gefällt mir wirklich sehr und das Logo natürlich auch mit GP sehr schlicht gehalten. Damals bei der Umstellung mit Paddy zusammen und ich habe einfach mal rumgefragt, ob man mir nicht vielleicht ein neues Titelbild und ein neues Profilbild erstellen könnte. Darauf bin ich auf Yoshi gestoßen und der nette Junge hat dann für mich folgendes erstellt. Sehr kindlich in einem sehr schönen Grün gehalten, muss ich sagen und natürlich muss die Gaming-Potatoes da drin sein. Kartoffeln, der Controller finde ich geil und die aktuellen Spiele, die bei mir so laufen, natürlich Transport Fever, Sim Airport und Cities Skylines. Wenn mal zwischendurch mal ein anderes Spiel kommt, heißt das jetzt natürlich nicht, ich muss hier mein Titelbild umändern, sondern hier oben werden einfach die Hauptspiele gezeigt. Auch sehr schön gelungen, finde ich das neue Profilbild, auch wieder mit dem GP, dem Controller und der Kartoffel unten drin. Also ich muss wirklich ein riesen Dankeschön an den lieben Yoshi aka Matthias rausgeben. Ist wirklich sehr, sehr gut gelungen, der war extra noch heute bei mir und wir haben zusammen hier noch die Eskalierung bearbeitet und noch was anderes, was im Grunde noch ein bisschen geheim ist. Da gibt es dann die nächsten Wochen, Monate mal ein Video dazu. Ja, wie gesagt, das war ein kleines Infovideo. Wer es noch nicht mitbekommen hat, die Gewinnspielauslosung ist auch schon hochgeladen und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, es gefällt allen Kritik. Natürlich kann man gern in den Kommentaren von irgendwelchen Videos posten oder auch Privatnachrichten senden. E-Mail, was auch immer. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.